So meine Damen und Herren, dann sind wir wieder beim Let's Play von Total War Rome 2. Dieses Mal gibt es große Kampagne, also ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube lade ich es dann hoch. Dieses Mal gibt es die Helena und zwar griechische Staaten und das wäre Athen. Hier haben wir ein paar Vorteile, Unabhängigkeit, plus 20 Nahkampfabwehr beim Kampf in eigenem oder verbündetem Territorium, klassisches Erbe, kulturelle Konvertierung. Dann haben wir hier Seefahrtkunst, mehr Erfahrung für athenische Schiffsrekruten und Kulturzentrum, Einkommen durch Kultur. Und da starten wir direkt. Auch sehr schwer, weil ich spiele nicht so gerne auf Let's Play, das wisst ihr. Es ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt und Fragen im Twitch-Chattel, die sich vor beantwortet, dass man es auf YouTube nachvollziehen kann. Und wir ballern hier mit den Griechen, mit den Athenern mal ein bisschen durch. Da gibt es nämlich ein paar coole Mechaniken, die man gerade mit den Hellenen, gerade mit den Griechen ausspielen kann. Makedonien hat dem Volk Athens schon viel zu lang seinen Willen aufgezwungen. Es muss entschlossen dagegen vorgegangen werden. Sie sind ein Schutzbündnis mit Sparta eingegangen, Aber die Beziehung wird in die Brüche gehen, da die Spartaner glauben, dass die griechische Unabhängigkeit auf dem Spiel steht. Epirus stellt ebenfalls eine Bedrohung für den Peloponnes dar. Ein Angriff dort wird unser Verhältnis mit Sparta sterben. Unterstützt alle wahren griechischen Staaten und sie werden sich gewiss eurem Kampf gegen die Unterdrückung anschließen. Athen wird frei sein. Ja wunderbar. Also Athen wird frei sein. So der Start vom Spiel ist folgendermaßen. Wir sind hier unterworfen von Makedonien. Wir sind ein Klientelkönigreich. Sie sind noch verbündet mit Sparta. Epirus ist im Krieg mit Sparta. Pergamon und all die anderen Staaten hier nebendran. Chillen gemütlich. Führen dann auch Krieg irgendwann. Und ja. Die ersten Dinge, die wir machen. Ich möchte hier nämlich möglichst früh auf Leinenpanzerschwertkämpfer gehen. Dass wir nicht nur Schwertkämpfer dabei haben, sondern auch noch ein paar Schwertkämpfer, die auch Wurfschwerer werfen können. Wie man das schon von den barbarischen Staaten kennt. Die Leinenpanzerschwertkämpfer sind tatsächlich recht gut. Sie sind standhaft. Man kann gute Mauern damit bilden. Sie können Infanterie sehr, sehr easy töten. Sie sind gut. Es wird ein interessanter Mix. Dann Werfer natürlich. Also hier Plänkler. Werde ich auch mit dazu nehmen, weil Plänkler auch wahnsinnig stark sind. Diese hier, die Peltasten. Die haben Geschossschaden von 32. Das werden wir sehr, sehr effizient ausspielen. Sie sind auch im Nahkampf recht gut. Sie haben eine so eine gesunde Mischung aus Angriff. Das ist ein bisschen wie eine leichte Infanterie, wenn sie in den Nahkampf gehen. Also trotzdem noch sehr, sehr akzeptabel. So, da machen wir die üblichen Sachen natürlich. Wir gucken, dass unsere Familie stärker wird. Wir haben hier Remonides. Der ist gerade nicht... Er und sein Bruder hier, ne? Er und sein Bruder. Das heißt, Remonides steckt hier. Ich werde meine Agentin hier hinschicken. Denn Epirus werden wir als erstes vernichten. In Larissa haben wir hier null Nahrung. Hier haben sie Apollonia. Da ist ein Hafen. Da werden sie natürlich was zu essen herkriegen. Deswegen machen wir hier zack. Damit sie hier bei Larissa ins Minus fallen. Und wir rennen dann direkt nach Apollonia und nehmen das ein. Weil Athen selbst können sie nicht erobern. Das ist unmöglich. So früh. Ich bin dann zu frei und rutsche hier rüber. Mit meinem Chefer. Ich gebe meinem Chefer die gesamten Truppen von dem anderen. Weil das ist Zenobios. Die Konkurrenz. Lass ich ganz kurz gucken. Waren wir ihn hier? Nein, er ist Admiral. Ah, hier andere Adelie. Zenobios. Ich müsste ihn dann dazu holen. Ich mache es aber lieber so, dass ich ihn eigentlich schon relativ früh rauskicke. Und hier einen neuen General hole. Und zwar meinen Bruder. Und die zwei Gebrüder aus Athen. Das könnte eine Geschichte aus Rom sein. Werden die Welt einnehmen. Glaucos heisst der gute Herr. Glaucos heisst der gute Herr. Glaucos. Werden wir ihn wiederherstellen? Er kriegt ein paar Reiter, die wir nicht brauchen. Die schmeissen wir hier rein. So, dann zweite Amtshandlung. Ich reisse ihm. Das ist die politische Konkurrenz. Reisse hier alles raus. Damit wir nicht so viel Unterhalt haben. Rodos und Knossos sind beide noch nicht entdeckt. Schon recht früh. Das heisst, ich werde mit ihm bis hier hin. Das wird hoffentlich reichen. Werden wir gleich sehen. Ja, und noch ein Stückchen. Da hat eine Fraktion angetroffen. Und dann hier runter. Alright. Wir gehen möglichst früh sehr, sehr weit auf Handel. Dann natürlich Heirat. Wir müssen ja auch gucken, dass die hier, ne. Das sind 530. Ich versuche zuerst noch ein bisschen Geld rauszuleiern aus den anderen Fraktionen. Wir haben hier Sparta. Die möge mich sehr. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Handelsabkommen, nicht Handelsfakt. Das ist doch ganz brauchbar. Knossos können wir... Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll. Seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Nein, ich möchte das einfordern. Der Handel ist eine gute Sache. Auf einem Markt lernt man, ein Volk zu verstehen. Und... Ich hatte gehofft, ihr wärt ein Philosoph und verfügtet über Vernunft und gute Argumente. Ich sehe... Eure Worte sind weise und würdevoll. Wir nehmen euer Angebot mit Freuden an. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kassen. Na, dann warten wir natürlich noch. Willkommen! Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Gold ist... Ich versuche... Aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von... Nein! Ich muss annehmen. Jetzt habe ich Geld gezahlt, oder? Ach, wie dumm. Man kann hier am Anfang ein bisschen... Ein bisschen... Jetzt auch egal. Man kann hier ein bisschen Geld rausleihen, hier und da. Wenn man das Ganze ein bisschen clever regelt, ein bisschen hier und da dazu noch was rauszuholen. Jetzt habe ich aber natürlich Geld rausgeworfen, ich Vogel. Sehr schade. Im Namen des Pharaos, Licht seines Volkes, heiße ich euch willkommen und werde eurer Gesandtschaft mit Respekt zuhören. Jetzt mache ich das wieder. Im Namen... Seid willkommen und sprecht... Zwischen Freunden gilt ein Goldgeschenk, oft als Zeichentier... Am Altar unseres Wohlwollens muss ein Opfer gebracht werden. Natürlich spreche ich von Gold. Ihr habt heute eurem... Willkommen! Das Schöne ist, wenn man hier handelt, dass man direkt die nächsten Fraktionen teilweise entdeckt, wenn man eine Handelsrote aufbaut. Und erwarte verträgliche... Lasst uns diese Sache wie zivilisierte Männer besprechen und erkennen, dass... Dies missfällt mir. Ich habe mir ein ehrbares Angebot erhofft, doch scheint euch Weisheit nicht gegeben. Eure Worte... Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt... Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen, nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kassen. Also machen wir das so. Herr Quatsch, wir müssen das anbieten. Ich hatte gehofft, ihr werdet ein... ...simple Furst. Schade. Äh... So. Also jetzt haben wir schon mal ein bisschen Handel, was wir treiben. Ich lasse ihr mal heiraten. Entschuldigung, dass ich gerade so still war. Ich musste... Einmal ein bisschen durchklicken, damit hier anständig was geht. So. Die sollen beide heiraten. Es geht ja auch darum, dass sie möglichst früh hier Kinder bekommen. Oh, fünf Chancen auf Kinder. Korruption-Fraktion, zwar ist super. Echt jetzt politischer Ehemann. Mhm. Ich würde eigentlich mit Pontos schon echt gerne noch handeln. Mögen Zeus und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle... Jawohl, mir fällt ein, ich muss auch noch ein paar Truppen rekrutieren. Leben eines Soldaten. Ich mach hier mal vor. So. Okay, das ist mal ein guter Start eigentlich. Wir haben schon in der allerersten Runde ziemlich viele Handelsverträge. Wir halten uns Hermes mit geschickten Zungen, damit wir durch gute Gespräche zu einer Einigung gelangen. Ich kann eure Bedingungen bei meiner Ehre nicht annehmen. Sie sind gut gemeint, passen jedoch nicht... Gut. Mein Volk... So, okay. Also, wir haben einen Handel mit Pontos, Äthynien, Rhodos, Knossos, Zypern, Ägypten. Und das in der ersten Runde. LOL. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten, denn ich kann. So, wir haben sogar hier noch was rausgeholt. Ihr seid in der Tat weise. Können wir das doch noch bauen? Cool. Ähm, so. Ab wann kann ich eigentlich Sklavenmärkte machen? Eigentlich schon recht früh. Das ist eine Überlegung. Schon direkt auf Sklaverei zu gehen. Oder wir gehen hier zuerst auf den Schrein. Schrein des Ares wäre natürlich auch ganz gut. Wohlstand durch Sklaven. Wir gehen mal auf Geweihterboden. Ah, mit Petunien habe ich gar noch keinen Handelsregings abgeschlossen. Ihr sprecht gewandt und bietet viel an. Doch kann ich zu dieser Zeit... Eure ehrbaren Worte rühren mich. Ich nehme an. Ich bin geehrt, eure... Sehr schade. So, also, hey, das war ein Megastart. Jetzt können wir eigentlich direkt die nächste Runde machen. Ich verrate euch, was mein Ziel ist. Ähm, als Athen will ich eigentlich gar nicht so sehr, ähm, viel Gebiet einnehmen, sondern ich will mich einfach wirtschaftlich stärken, schlagkräftige Truppen haben und andere hellenische Völker eben mich anerkennen als der König der Griechen, wenn man so will. Denn es gibt, ich zeige das mal schnell direkt am Anfang, man kann nachgucken, welche Verbündeten eher treu sind und zu einem stehen. Sparta zum Beispiel hat hier, zuversichtlich, das ist puncto Aggressivität. Das heißt, sie sind, Tupster, Dankeschön für 22 Monate, sie sind schon recht, äh, also sie sind so einigermaßen aggressiv. Bei Verlässlichkeit sind sie unfassbar treu. Das heißt, sie werden einen nicht schnell hintergehen, sie werden Bündnisse nicht einfach so kündigen, sondern sie bleiben bei den Abmachungen, die man mit ihnen getroffen hat. Das haben wir bei vielen Fraktionen. Knossus ist vorsichtig und treu, das heißt, die sind überhaupt nicht aggressiv, die sind sehr, sehr treu. Ähm, ja, Rhodos ist unzuverlässig und zuversichtlich, das geht noch, das ist so im mittleren Bereich. Pergamon haben wir auch vorsichtig und treu, das heißt, das sind schon drei, äh, es sind schon vier Nationen, die man theoretisch als Klientel Königreicher führen kann. Sartes ist zuversichtlich, aber verräterisch, also schon im Negativbereich verräterisch, ist schon rot. Bithynien ist auch verräterisch, Pontos ist zum Beispiel teuflisch. Die werden einen bei jeder Gelegenheit, wo sie die Möglichkeit haben, einen zu schwächen, einem in den Rücken fallen. Dann haben wir Aggressivität expansionistisch und daran sehen wir, wie unsere Verbündeten etwa funktionieren. Also versuchen sie schnell viel Gebiet einzunehmen, dann sind sie expansionistisch. Sind sie eher zurückhaltend, dann sind sie hier vorsichtig. Sind sie treu und auch wenn man selber in der Not ist, bleiben sie bei dir, sie halten sich an Verträge, sie fallen einem nicht in den Rücken. Das wäre zum Beispiel Sparta, die sind sehr treu. Wenn man aber in Schwierigkeiten gerät und die als Verbündete hat, dann werden die sehr schnell mal die Seite wechseln. Und mit den treuen Leuten versuche ich dann natürlich zu arbeiten. Ich versuche die als Klientelstaaten zu gewinnen, dass sie für mich kämpfen. So, ich laufe mal bis... Schaffe ich es in zwei Zügen hier hin? Theoretisch schon, ne? So, ich behalte ihn noch hier drin. Also für alle Fälle. Können wir das ausbauen? Nope. Der Maru, Hallöchen. Wir gehen hier dann an der Küste entlang, dass wir mit den ganzen kartagischen Völkern noch Libyen und Kartago und Neukartago mit denen Handel treiben können. Die sind gerade hier ordentlich am Verhungern, was sehr gut ist für mich. Und ich glaube, ich warte noch mit dem Rest hier. Obwohl ich hier Spiele organisieren könnte. Gestohlenen Nahrung. Achso, er stiehlt Nahrung von der ganzen Provinz, also... Nee, irgendjemand stiehlt mir Nahrung. LOL. Jemand versucht uns auch auszuhungern. Ha! Wie dreist. Und dann. Warte, geht's. So. Jetzt kommt noch eine weitere Stärke der Griechen zur Geltung. Und zwar folgende. Wir machen die hier noch ein bisschen gemeiner, wenn es darum geht, Dinge zu stillen. Es ist so. Die Griechen haben hier dieses Gebäude. Einen Erfahrungspunkt für neue Agenten. Das geht hoch bis zu drei. Das heißt, ich kann Spione schon auf Stufe drei ausbilden. Wir hungern nach einer Schlacht. Wenn ich das will. So. Jetzt könnte ich ihnen einfach den Krieg erklären. Aber wir fragen Sparta, ob sie nicht Bock haben, dass ich ihnen den Krieg erkläre. Mögen Zeus und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Diese Worte bringen meinem Herzen. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten, wenn ich kann. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch selber kämpfen müssen. Wir werden andere Schlachten haben, wo wir kämpfen müssen. Ich lasse das mal schnell so machen. Ihr werdet früh genug noch sehen, wie das Ganze läuft. So. Ihm geben wir hier Forschungsrate fraktionsweit. Wir machen direkt Philosoph. Ich versuche das ein bisschen zu unterstützen, forschungstechnisch. Hier machen wir direkt ein Periuken-Lager, damit wir nachher die Dings kriegen. Ich könnte hier dann Bügel-Kavallerie schon holen. Auf der anderen Seite können wir auch gucken, was wir hier vielleicht das Schöneres machen. Und hier bauen wir Nahrung. Weil ich werde ein Nahrungsmittelproblem kriegen dann in drei Runden. Weil irgendwo ist ein Agent, der hier versucht, mich fertig zu machen. So, wir gehen handeln. Hier haben wir, das sind die Ägypter, die anderen Ägypter, die es noch gibt. Also ich nenne sie auch Ägypter, die anderen Ägypter, weil sie auch ägyptische Soldaten haben. Also wie Ägypten selber. Er mag mich, aber irgendwie auch nicht. Sehr schön. Okay, jetzt handeln wir hier. Auch schon mit diesen ganzen Nationen. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Abkommen mit Kartago. Ah, er hat noch keinen Krieg mit Kartago. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Sie mögen sich nicht, aber sie haben noch keinen Krieg. Und er mag mich. Das heißt, die Chance, dass er mich angreift, ist aktuell eher gering. Ruhm ist halt immer verräterisch. Verräterisch und überhaupt nicht treu, also teuflisch. Teuflisch sind sie und expansionistisch. Also die zwei, die du als Verbündeten eigentlich nicht haben willst. Unsere gemeinsamen Feinde werden vor unserem Bündnis erzittern. Mit eurer Stärke und unserer Weisheit ließen sich große Taten vollbringen. Ruhm, Reichtum und ein Platz. Oh, die haben hier was gebaut, dass sie Nahrung haben, ne? Okay, das ist jetzt spannend. War das alles? Oh ja, ich habe das Gebäude hier natürlich entfernt, also ein bisschen früher. Ich glaube, ich besuche hier trotzdem einen Sklavenmarkt zu machen. Ich erwarte eure Befehle. So, und dann Massilia ist natürlich jetzt noch ein Ziel. Jetzt haben sie Krieg mit denen. Ich bin sicher, eure Worte ehren sowohl euer als auch unser Volk. Nein. Da haben sie natürlich ein gigantisches Problem mit, weil wir mit ihrem Feind Handel treiben. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Kein Bock da drauf. Ne, muss ich auch gar nicht das versuchen dann. Äh, so, also plus eins haben wir hier. Militärhafen brauche ich nicht. Ich baue das mal noch aus. Ich versuche hier in defensiver Stellung ein bisschen vorzurücken, in der Hoffnung, dass er mich angreift und ich dann die defensive Stellung vor der Kanne nutzen kann. Ah, jetzt kommt er und versucht Athen zu holen. Und da kommt direkt Sparta und hilft mir. Na, das ist doch mal schön. Oh, ich war mal kurz so. Das reicht schon. Gefangene freilassen, Gefangene versklaven. Wie versklaven sie? Er hatte Athen, hätte er so das auch nicht einnehmen können. Jetzt rennen wir mit ihm hier hin. Und rennen wir mit der Unterstützung, dann zack. Und dann ist Epirus auch schon weg. Das kämpfen wir jetzt einfach mal selber, damit er ein bisschen was gesehen hat. Ansonsten ist langweilig. So, ich werde meine Sperrwerfer und Schleuderer für die Distanz-Kavallerie brauchen. So, die Obliten. Und das Schöne an den Griechen ist halt, dass sie ein bisschen einheitlicher aussehen als die barbarischen Völker. Also es macht halt einfach, es macht halt ein bisschen mehr was her, ne? Also das sind halt einfach Standard. Die haben unterschiedlich bemalte Schilder, sind aber ansonsten relativ einheitlich. Und sie haben halt den Vorteil, Formationsangriff. Sie versuchen, ihre Formation nicht zu verlassen. Die barbarischen Stämme haben das nicht. Also die wenigsten barbarischen Einheiten haben diese Fähigkeit. Bürgerwehr, bereit zum Einsatz! Ich gehe stark davon aus, dass er sich hier oben irgendwie hingestellt hat. Wir kommen mal über den Wald. Also hier irgendwo muss er sein. Wo steckt der Sack? Das ist ein Fehler von ihm. Der hätte den Hügel nutzen müssen. Ich lasse meinen anderen General da mal ein bisschen safe zurück. Nein, 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 nein. Bereit aufstellen. Seine Pikanierer werden ein Problem sein. Befehle, bereit zum Einsatz! Befehle! Befehle, bereit zum Einsatz! Befehle, bereit zum Einsatz! Befehle, bereit zum Einsatz! Sie müssen runter, die Speerer müssen runter. Pekingierer sind die mit den extrem langen Lanzen, die in der kompletten Formation stehen. Versuchen den Feind so einfach auf Distanz zu halten. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich komme hier nicht richtig drum herum, oder? Na doch, ich habe sie hier. Da muss man wirklich gucken, dass man die an der Flanke erwischt, damit sie in den Nahkampf gezwungen werden. An die Waffe! Auflösen. Die Hoplitenwand gibt es zwar Boni, aber Geschwindigkeit wird dadurch auch runtergeballert. Was ist denn da? General! Geschoss in Batterie! General! Super! Lanzen! Grip ein! Richter! Hochlichten Balance! Befehlverstand zum Einsatz! Schwere Kavallerie zu euren Linken! Kavallerie! Zurück weg! Ich versuche hier mal bei den Hopliten hinten rein zu ballern, in der Hoffnung, dass sie dadurch so Panik kriegen, dass sie fliehen. Die Pflanzen sind frei! Hopliten bereit! Vor Feuer! Na ja, Hopliten sind standhafte Säcke. Die Standard-Truppen der Griechen, die können halt was. Die können halt richtig was. General! General! Schwerer bereit! Schwerer bereit! Steißen soll bereit zum Einsatz! Da gehen sie. Die Schwerkämpfer erwacht eure Befehl! Schwerer Kavallerie bereit für uns will! Schwerer bereit! Ja! Jetzt muss ich aber auch mit dem aufpassen, dass man wieder General nicht stirbt. General! Das wäre am Anfang des Spiels extrem schlecht. Auffliegen! Steinschleuderer! Befehle! Befehle! Eure Befehle! Ich erwarte eure Befehle! Befehle? Verwarte eure Befehle! Das ist unnötig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schrecklicher Abweck! Mögt ihr die nicht? Mögt ihr die nicht? Jaja! Die Stadt einnimmt, sieh alles weg! Gut, wir haben viele Fluster erlitten tatsächlich. Also die automatische Schlacht hätte uns stärker begünstigt. Und Larissa ist unser. So sieht sie aus. Zu euren Diensten! Die Aktion vernichtet. Ja, so. Jetzt hat er jetzt ja auch schon eins weiter. Das heißt, Ingabe Gravitas pro Runde. Dadurch kriegen wir in der Politik ne bessere Dingssinn. Dann lassen wir direkt noch eins aufsteigen. Wie kann ich euch dienen? Tja, und jetzt schätze ich die Frage, was wir jetzt machen. Weil viele Optionen haben wir tatsächlich nicht. Kann ich euch behilflich? Ich kann und werde... Wir können gucken, ob wir hier die Küste zu einem gewissen Teil holen. Je nachdem, wie sich Makedonien und Sparta verstehen. Da werden dann unterschiedliche Dinge passieren. Ich würde fast sagen, wir bauen die Stadt mal aus, damit wir hier ein bisschen größer werden und ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Er mochte das total, dass ich Epirus angreife. Ich biete meinen Salud. Ich hätte schon gerne nicht einen Respekt mit ihm vorerst mal. Damit ich sicher weiß, dass er nicht über das Mittelmeer mich da angreift auf die griechischen Schnaubinsel. Weil das wäre natürlich dann schwierig, sich was aufzubauen, wenn Rom jedes Mal noch von der Seite reinballert. Eins muss man den Helenen hier aber lassen. Wenn man mit ihnen verhandelt, klingen sie wenigstens gut. Ja, sehr schön. Wir haben einen kleinen Bark gekriegt. Wunderbar. So, den töten wir jetzt. Nein, Spaß. Jetzt mal gucken, ob jetzt eine Reaktion von meinem Chat kommt. Wir hungern nach einer Schlacht. Sofort. Vorräte werden gesammelt. Kommt, kämpft mit uns. So, die entlasten wir. Die brauche ich aber jetzt nicht mehr. Du hättest es gefeiert. Wow. Oedipus-Komplex hier. Nur andersrum. Vater tötet Sohn, nicht Sohn tötet Vater. So, jetzt haben sie Minus da. Das ist schon mal gut. Ich schiebe den Generalfreis mal hier rein. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mir irgendjemand spontan den Krieg erklärt und dann stirbt der. Und der ist halt, er hat keine Armee, hat nichts. Er könnte sich gar nicht zu Genüge wehren. So, Massilia ist unser nächstes Ziel. Griechen, Freunde. Das war doch eine Tochter, oder? War es eine Frau? Hat er ein Töchterchen geboren? Aigeus. Ist für mich jetzt noch schwierig zu sagen, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Name ist. Also nicht, weil es nicht klar wäre, sondern weil ich mich einfach nicht auskenne mit... Griechischen Namen. Alten griechischen Namen. Vielleicht beides, ja. Wo los? So. Äh, was haben die hier? Plünderer der See. Die Plünderer. Apollonia ist noch nicht vollständig genesen. So. Die verhungern gerade. Das werden wir natürlich überhaupt nicht ausnutzen. Wir nicht. Ah, kann ich den jetzt rekrutieren? Ah ja, schön. Okay. So. Jetzt kommt das Schöne an den Griechen. Die Herberge gibt plus eine Erfahrung für alle neuen Agenten. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt hier einen Streiter rekrutiere... Wir gucken mal, welcher der Beste ist. Öffentlich Ordnung. Wohlstein. Abenteuer. Passive Aktion. Mehr Sichtfeld. Geschossreichweite für alle Belagerungswaffen von der Begleitarmee. Ne. Dann nehme ich den ersten hier. Zack. Und der startet schon mit plus eins. Und das ist halt total geil. Ich meine, klar, bei den Barbaren hast du halt, dass sie Raserei kriegen und so. Und das ist schon ganz geil, weil das sind Fähigkeiten, die sind Gold wert unter Umständen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier super cool. Ich hätte übrigens auch meinen Agenten direkt am Anfang löschen können und ihn hier neu holen. Dann hätte er einen Punkt mehr. Aber dann wäre das finanziell dann wieder nicht aufgegangen am Anfang. Aber ich meine nur, das ist... Also ich finde das total fancy. Ich finde es voll cool. Das kann man nämlich auf Stufe 3 ausbauen. Dann kann man Agenten schon auf Stufe 3 rekrutieren. Oh, Epirus. Epirus. Und, kriegen wir Massilia noch? Ne, gerade nicht. Finde ich noch interessant. Epirus. Die Etruskische Liga... Die klingen wie Barbaren. Aber es sind eigentlich... Lateiner. Also... Ne? Hier. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Soviel zu den kultivierten Italienern. Ähm... Ne, das werden sie wohl aus Versehen eingebaut haben. So... Makedonien mag mich gerade gar nicht. Wir haben einen Krieg mit Epirus. Militäraktion gegen Makedonien. Urlaub des Betreten. Makedonien. Abkommen Ägypten. Wie kann ich euch ziehen? Gar nicht. So. Lass mal kurz laufen. Wie kann ich damit machen? Nachdessen... Frau, ich bin mit ihr in die Nähe. Ich bin mit ihr da. Mein Erwuchs. Mi ist mit meiner Epirus. Erwuchs. Erwannen. Bistöse. Ich bin mit meiner Epirus. Ja, ich bin mit ihr in die Nähe. Ich bin mit ihr. Meine Epirus. So, ich habe kurz mit ein bisschen Wasser in meine Haare nach hinten gekämmt, damit die mir Ruhe geben, sonst geben die die ganze Zeit nochmal den Sack. Ja Kamera, mach mich scharf, danke. Eine Krankheit, oh nee, nicht in Griechenland. Oh lol, die haben hier auch straight Nahrungsmittel gebaut. Das wird jetzt spannend. Kommandant, zu euren Diensten. Dann rutschen wir hier gleich mal eins weiter und wir gucken mal wie es hier aussieht. Drei Nahrung, neun Nahrung, was habt ihr denn hier, Pferdeställe? Okay, das könnte man dann direkt ausgleichen. Ich weiß nicht, ob ich noch Bugenschützen mit in die Armee nehmen will, sie hätten zwar schon wesentlich mehr Munition als die Peltasten. Drei Nahrung. 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 Schwierig. Tu mich gerade schwer, was ich ausbauen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mit Griechenland machen soll. Äh, mit Athen machen soll. Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. Die Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. Gold ist gewöhnlich eine Bezahlung für Dienste. Sind wir etwa Bedienstete für euch? Ja, ihr seid Bedienstete für mich. Euer Wort. Vollkommen richtig. Wir hören uns... Im Namen meines Volkes willkommen. Und auch von mir. Teilt eure Weisheit mit mir. Schade, ich hatte gehofft, dass ich hier vielleicht... was machen kann. Wie viele Runden hätte er denn noch? Krankheit. Wie machen wir das so? Ich erwarte weitere Befehle. Wir machen mehr Ares mal. Kann ich eigentlich irgendwie nachgucken, wie das Geld zustande kommt? Das ist eine interessante Auflistung. Finde ich ganz gut zu wissen. Und vielleicht nachgucken. So, wir flitzen hier natürlich durch, auch wenn die Chancen eher schlecht sind, hier mit diesen Völkern irgendwie Handel teilen zu können. Die wollen nämlich häufig nicht, weil die halt komplett unterschiedliche Kultur haben. Aber sie mal zu entdecken, ist sicher keine schlechte Sache. So, es müssten eigentlich immer zwei Runden sein. Die Krankheit anhält, das werden wir ja gleich sehen. So, den bewirken wir einmal noch. Ich weiß nicht, was Makedonien macht. Oh, ich habe meinen Agenten versäumt. Ruhm, Reichtum und ein Platz in der Geschichte. All das wird unser sein, wenn wir als Freunde zu... Nee, dann nicht. Da haben wir Geld. Zypern wurde gerade vernichtet. Das wird ausgebaut. Das wird nicht reichen. Er kriegt da maximal vier raus. So, er ist mit niemandem im Krieg. Obwohl... Ne, ich warte noch. Wenn ich hier Ares ausbaue, kann ich hier den Sklavenhändler noch ein bisschen hochballern. Das dürfte dann auch ein bisschen mehr Geld einbringen. Da kann ich die eigentlich schon... Education? Nein, das ist noch ein bisschen früh, ne? Okay. Ah ja. Jetzt entdecke ich noch Neukartago. Pulpudeva wurde eingenommen. Makedonien verliert gerade wieder seine Sachen. So, ich glaube, hier wende ich diesen Trick an, dass ich eins übrig lasse. Also, was haben wir hier? Gegen Fremdbesatzung. Was haben wir noch? Eins weiter. Angriffsbonus. Ne, ich lasse hier eins. Ich überspringe hier einen, dass ich direkt in der nächsten Kategorie dann zwei andere freischalten kann, die mir mehr bringen. Und das dürfte ein Hinterhaut werden. Genau. Das heißt, wir schlagen den... Wir machen den hier mit dem Hinterhaut kaputt, weil er eine Gebautmaßstellung war. Wir nutzen die Chance direkt, ne? Das ist wieder gegriffen. Das ist klar. Ihr lautet euer nächster Befehl. Vegetäroktrin. So, hier haben wir entweder Geschossschaden durch Geschosse, Waffenschaden durch alle mit Speer bewaffnete Einheiten oder Belagerungsexperte. Wir werden immer wieder mal Speerkämpfer dabei haben, weil das die Kernarmee ist. Von daher, ja. Wir hungern! Die Stimmung wird belagert! Jetzt haben wir hier, das ist recht viel. Niemand wird entkommen! Deswegen fordern wir Unterstützung an. Sofort! Wir suchen Schutz für die Gäste! Und da gehen wir kurz gemeinsam rein. Und wenn alles rund läuft, hungert die Siedlung oben sogar schon aus. Und dann kann ich direkt in den nächsten ein, zwei Zügen da hoch und mir die holen. Ich könnte mir sogar überlegen, sie zu belagern, bevor die Pferdeställe gebaut sind. Weil ich dann unter Garantie sie aushungere. Keine Mauern der Welt können uns aufhalten. Keine Herbst sind so mutig. Kavalerie! Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Wir reichen vom Einsatz! Wir reichen vom Einsatz! So, dann hoffen wir mal, dass meine Infanterie schnell genug da ist, um sie gleich abzufahren. Ich schicke hier extra meine Dings ran und Kabellerie, weil hier werden wir zu spät sein. Er kommt raus, lolol. Direkt hier. Mauerbauern. In die Küste. Mauerbauern. Mauerbauern. Schnelles, marschieren. Dann komm mal rein. Für Ruhe. Mauerbauern. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Mauerbauern. 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 Das herauskommen ist kontraproduktiv. Mauerbauern. Für uns. Mauerbauern. 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 Was? Die müssen sie umstellen. Immer in die Balance, Jungs. Feuer! Befehle, Sie Ihren Befehl bereiten! Das ist gut. Fehlstasten! Pflanzen hierbei! Durch Verdacht! Zu Befehl! Ja, Kommandant! Bereit zum Reisen! Ihr Erdacht! Stapel der Geschleuszeit! Befehl für Staplein zum Einsatz! Verstanden! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war gar nicht mein Befehl eigentlich. Aber okay. Ja, wir arbeiten hier noch mal ein bisschen mit Feuer. Voll nach vorne hier. Dann du die ab und ihr versucht hier irgendwie ranzugehen. Und ihr haltet einfach schön die Linie, Jungs. Einfach schön die Linie halten hier. So, wie Hopliten das nun mal tun? Beinahe, was du da hinten greifst. Die Flieger ... Die packt ihr schon. Ich gewinne sie aber. Ich muss ja nur gucken, dass mein Antwerter nicht stirbt. Sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir stecken hier ziemlich in der Misere. Die gehen komplett. Ihr könnt mal denen da helfen. Das bricht gleich. Das bricht. Das hält nicht mehr lange stand. Dann müssen nur die ein oder anderen wegbrechen. Die könnten hier hinten reinreiten und dann war es das. Zack und gebrochen. In 3, 2, 1 weg. Here we go. Dann können wir beenden. Weil wir nehmen sie gleich an. Ich weiß nicht, ob das sogar noch mehr Sklaven gibt. Aber wir verteilen die Sklaven gleich übers ganze Gebiet. Und wir lassen unsere Wirtschaft zuerst mal schön in die Luft ballern durch Sklaven. Das ganze beschwichtigen wir dann. Stimmt wenn ich eine Siedlung einnehme kann ich jetzt gar nicht. So hier müsst ihr gucken. Der hat noch 3 Runden bis das Gebäude gebaut ist. Das heißt in 2 Runden kann ich die Stadt belagern. Und dann wird sein Gebäude nicht fertiggestellt. So. Was haben wir denn hier? Nahrung öffentlicher Ordnung. Wachstum. Wohlstand. Wohlstand aus allen Quellen. Wohlstand aus allem Handel. Wohlstand aus Anbau und Landwirtschaft. Wir könnten eine Marktsiedlung machen. Ja, da gibt es sogar eine öffentliche Ordnung mehr dazu. Das ist ja ganz cool. Das machen wir in die Marktziedlung rein. Was will ich denn hier? Will ich Nahrung oder will ich ein großer Hafen? Ein Hafen würde halt schon dafür sorgen, dass wir mehr Geld verdienen. Nicht wahr? Das ist gut. So, hier auch. Speere. Chat, alles gut. Seid so ruhig. Seid willkommen. Die Götter fordern zu Recht Demut von uns. Wir dürfen uns nicht auf eure Kosten bringen. Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen ihre... Unsere Händler möchten nicht mit euch Handel treiben. Und mein Herr, diesen Bedingungen können wir getrost zustimmen. Mhm. Seid ge... Wunderbar. Sondergaben. Total War Chillig. Klingt gut. Das klingt doch gut. So, ich werde, sobald ich die Möglichkeit habe, hier bei Sparta dafür sorgen, dass ihre Truppen durch Hunger beschwächt sind. Dann werde ich ihnen dann irgendwann das Klientelkönigreich unterwerfen. Die Idee ist aber eigentlich zuerst... Das Klingt doch gut. So, ich werde... ... und für eine Frage. So, ich werde, ich werde, sobald ich sie auf mein Knie verstellen. Und das Knie ver dabei habe ich mich heute... ... und nicht in der Nähe der Knie verringen.